Mein Name ist Wolfgang Engelhardt, ich bin stellvertretender Geschäftsführer beim Unternehmen SSP, Safety System Products. Heute möchte ich Ihnen die Applikation der Umsetzung einer Spritzgussanlage mit unserem Safety Simplifier vorstellen. Wenn ich heute eine Spritzgussanlage anschaue, dann gibt es unterschiedliche Schnittstellen, die eine Spritzgussmaschine bietet. Die Euromap 78, die Euromap 73, die Euromap 67. Welche Schnittstellen sind für welche Applikationen gedacht? An der Euromap 67 wird ein Roboter an einer Spritzgussanlage integriert, ob Industrieroboter oder Portalroboter. An den Euromap 73 oder 78 Schnittstellen werden externe Türkreise an einer Spritzgussmaschine angeschlossen. Das alles erstmal sehr einfach. Komplexer wird es, wenn Sie nicht nur eine Türe, sondern viele Türen an einer Anlage integrieren wollen. Und die Spritzgussanlage nur einen der Schnittstellen Ihnen zur Verfügung stellt. Um dies einfach machen zu können, ist der Safety Simplifier eine der technisch einfachsten Lösungen. Der Safety Simplifier ist eine Wireless Sicherheits-SPS, die auch optional, wenn es Ihnen lieber ist, über eine sichere Kennleitung vernetzt werden kann. Wie setzen wir so eine Euromap 78, Euromap 73 Applikation an einer Spritzgussanlage mit dem Safety Simplifier um? Den Safety Simplifier gibt es in unterschiedlichen Bauformen und unterschiedlichen Funktionen. Ich habe Ihnen hier heute ein Modul für eine Türe mitgebracht. An der Türe könnte ein Nothaltaster, ein Resetaster, ein Anforderungstaster und ein Statttaster sein. Ebenfalls lassen sich über externe M12-Stecker Sicherheitsschalter unterschiedlicher Funktionen mit anstecken. Berührungslose Sensoren, Prozesszuhaltung, Sicherheitssensoren oder auch Sicherheitslichtverhänge. Ein Modul zum Anbringen an einer Spritzgussmaschine ist beispielsweise ein Simplifier mit Euromap 73 Schnittstelle. Der Safety Simplifier mit der Euromap 73 Schnittstelle stellt der Spritzgussmaschine alle sicherheitsrelevanten Kontakte und Funktionen zur Verfügung. Wenn Sie ein Modul mit einer Euromap 78 verwenden, stellt der Safety Simplifier sichere OSSD-Ausgänge der Spritzgussmaschine zur Verfügung. Wie funktioniert nun die Kommunikation zwischen Spritzgussmaschine und Türen oder vielen Türen? Der Safety Simplifier baut über ein Maschennetzwerk eine sichere Kommunikation zwischen allen Einheiten auf. Und somit können eine oder mehrere Türen gleichzeitig mit einer Spritzgussmaschine mit einer Euromap 73 oder 78 kommunizieren. Ein Schaltschrank oder eine weitere Sicherheits-SPS ist dazu nicht mehr notwendig. Jetzt ist eventuell Ihre Applikation, Ihre Automation, Ihre Spritzgussmaschine nicht exakt die, die ich Ihnen heute vorgestellt habe. Das Gute ist, dass der Safety Simplifier über standardisierte Module, über standardisierte Anbindungen an Spritzgussmaschinen eine universelle schaltschranklose Lösung für Ihre Spritzgussmaschine ist. Sollten Sie Nothalbtaster, berührungslose Sensoren oder andere Sicherheitskomponenten, auch sichere Ventileinheiten ebenfalls in Ihre Anlage integrieren wollen, ist unser Simplifier mit M12-Steckern auf der Frontseite ideal für diesen Anstoß geeignet. Sprechen Sie gerne mich oder unser Vertriebsteam an. Wir kommen gerne zu Ihnen ins Haus und besprechen mit Ihnen zusammen Ihre Anforderungen und Ihre Applikation. Ich, Wolfgang Engelhardt, bin mir sicher, dass Ihre Applikation mit unserem Safety Simplifier einfach und flexibel umsetzbar ist. Vielen Dank.